Grüß dich! Trockene Fakten bei Präsentationen sind langweilig. Richtig? Geht ja auch so, oder? Manchmal kann es aber ganz gut sein, den trockenen Fakt bewusst zu setzen, um dein Publikum zu emotionalisieren. Wie das geht, wie du so dein Publikum, deine Zuhörer begeisterst, egal ob Auge in Auge oder im nächsten Videocall, in der nächsten Videokonferenz im Teammeeting. Das erfährst du in diesem Video. Und jetzt schon für dich der Hinweis, es kommt jetzt ein knaller Beispiel, das du sofort morgen umsetzen kannst und damit deine Chefs, deine Kunden, wenn du selbstständig bist, begeistern kannst. Noch mehr davon in meinem Gratis-Webinar, die 5 Tricks von uns Radio- und Fernsehmoderatoren, wie wir es schaffen, unser Publikum in unseren Bann zu ziehen, damit sie bei uns bleiben. Im Radiosender oder in deinem Fall, wie du es dann schaffst, sie an dich zu binden. Das lernst du im kostenfreien Webinar. Anmeldung gerne hier in der Videobeschreibung oder wenn du das als Podcast hörst, in den Shownotes. In der Regel sagt man doch, dass trockene Fakten langweilig sind und man soll sich lieber Bilder überlegen, Sprachbilder. Also, denk doch mal an eine Bausparkasse, eine berühmte. Die schreibt in der Werbung, in der TV-Werbung oder auch bei YouTube, wenn die ihren Spot laufen lassen von dem Video. Da heißt es nicht, hol dir jetzt den neuen Bausparvertrag, sondern da siehst du eine Familie, ihr neuen Einfamilienhaus, der Gras, der Rasen ist grün gemäht. Du hast fast das Gefühl, dass das Gras sogar noch duftet, obwohl du ja nur ein Video anschaust. Und dann kommt der Schriftzug, gönn dir Heimat oder wir ermöglichen dir Heimat. Heimat, einer unserer tollsten Werte. Sich wohlfühlen zu Hause in deiner Heimat. Hier das Eigenheim und wir helfen dir, dass du dir dieses Eigenheim, lieber Zuschauer, der die Werbung gerade sieht, dieses Eigenheim mit dem saftigen grünen Grasen, dem tollen Haus, dass du dir das auch leisten kannst. Und deswegen komm zu uns oder unser Berater kommt zu dir und wir haben einen Bausparvertrag für dich. Das ist so grob gesagt die Strategie. Also der trockene Fakt wäre, wenig Zinsen für den Bausparvertrag ist irgendwie billiges Verkaufen, emotionalisiert nicht. Deshalb kommen sie damit erstmal die Heimat darzustellen und die Gefühlsebene anzusprechen. Und als Schritt zwei erst das, was sie eigentlich wollen, Bausparverträge verkaufen. Das ist gut. Heißt, wenn du einen Vortrag hast, irgendwelche Zahlen kommunizieren musst, versuch die Zahlen ins Verhältnis zu setzen. Ich mache dabei Gelegenheit mal ein anderes Video oder eine andere Podcast-Folge dazu, wie du Zahlen greifbar machen kannst, erfüllbar machen kannst. Jetzt habe ich dir aber am Anfang dieses Videos versprochen, dass du manchmal eben nicht verkopfen solltest und überlegst, ah okay, wie kann ich denn jetzt da von hinten durch, wie so von hinten mit dem Dolch durch die Brust, irgendwie mein Publikum, meinen Zuhörer, meinen Chef, meinen Kunden dazu kriegen, dass er extrem aufmerksam ist, wenn dein Fakt so stark ist und die Emotionen anspricht. Deshalb habe ich hier den Zeitungsartikel in der Hand. Ich finde sehr gelungen von Aldi Deutschland. Da steht drauf, das ist eine ganzseitige Anzeige gewesen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir schaffen das Küken töten ab. Ist ein harter Satz, ist ein trockener Satz, der an sich ja nicht besonders emotional ist. Drunter noch Bilder für Frühstückseier oder zumindest Eier im Eierkarton. Dann ein Stempel wie eine Art eigenes Gütesiegel, die Aldi-Initiative ohne Küken töten. Und der Text unter der Schlagzeile Wir schaffen das Küken töten ab lautet, Aldi stellt bis 2022 das gesamte Schaleneier-Sortiment aus Bio-, Freiland- und Bodenhaltung um und beendet damit konsequent das Küken töten. Dabei setzen wir unter anderem auf innovative technische Verfahren zur frühzeitigen Geschlechtsbestimmung und die Brut, was? Irgendeine Aufzucht, bei der männliche Küken aufgezogen werden. Bruderhahn-Aufzucht. So, also, dieser Text drunter, den ich gerade gelesen habe, der ist Grütze. Also der ist völlig ungesprochen, es strotzt nur vor Substantivierungen, das hat die Agentur schlecht gemacht. Aber, darum geht es mir gerade nicht, es geht mir darum, die haben auch bestimmt ewig überlegt, okay, versuchen wir jetzt über eine Emotion zu kommen. Analog zum Beispiel Bausparvertrag. Die hätten ja jetzt auch den Frühstückstisch fotografieren können, wo glückliche Menschen ein Frühstücksei essen und drunter unsere Eier sind alle nachhaltig, ökologisch wertvoll. Bei uns werden keine Küken getötet, damit wir im Aldi unsere Eier haben. Nee, haben sie sich bestimmt bewusst dagegen entschieden. Warum? Weil das Kükentöten, bei denen die Zielgruppe sind, bei Menschen, denen das Tier wichtig ist, die keine Vegetarier sind unbedingt, aber die eben sagen, Mensch, ich möchte, dass das Huhn, ich möchte auf mein Ei nicht verzichten, aber ich möchte, dass das Huhn ein halbwegs glückliches Leben hat. Und dieses fiese Kükentöten, das will eigentlich keiner. Und deswegen ist der Satz, wir schaffen das Kükentöten ab, so stark, dass es Quatsch wäre, den irgendwie einzupacken mit irgendeiner anderen Emotion. Weil, wer das möchte, das Frühstücksei von einem glücklichen Huhn, Henne, der ist getriggert. Kükentöten weder nicht, das Wort Kükentöten kennt er, findet er furchtbar, hat er schon YouTube-Filme gesehen, geil, Aldi schafft's ab, kaufe ich. Das funktioniert, obwohl es ziemlich unemotional ist. Warum? Weil das Wort Kükentöten an sich die Emotion darstellt oder dann die Emotion bei demjenigen triggert. Der, der sagt, ist mir doch egal, ob die eingepfercht sind, der wird diese Anzeige sowieso überlesen. Der ist aber nicht Zielgruppe. Sondern die, die das ohnehin mit schlechtem Gewissen immer machen, ihr Frühstücksei zu essen, die wollen einfach diesen Fakt, der sie dann in die nächste Filiale treibt. Was kannst du daraus jetzt mitnehmen für dich? Überlege bei deinem Thema, so wie wir es eingangs gesagt haben, ist es irgendwas Langweiliges? Brauchst du dann einen anderen Einstieg? Oder ist das so stark, obwohl es ein Fakt ist, dass du weißt, dein Publikum wird daraufhin emotionalisiert werden? Das ist meine Frage oder meine Denkaufgabe an dich. Schau dein Thema an, stell dir genau diese Leitfrage. Brauchst du ein Sprachbild? Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, langweilig stellst du dich hin und sagst, Hallo, heute sprechen wir über die Vererbungslehre. Wenn du kreativ bist, stellst du dich vor deine Klasse. In der Schule hat man ja so ein Referat und sagst, Hallo, Lieben, hört mir zu. In den nächsten 30 Minuten erfahrt ihr, warum euer Nachbar so hässlich ist. Oder eure Nachbarin so hübsch ist. Je nachdem, welche Perspektive du einnehmen willst. Und dann sagst du erst als Schritt 2, ja, denn die Vererbungslehre, die sorgt genau dafür, dass die Menschen so aussehen, wie sie aussehen. Und das jetzt im nächsten Referat. Also Unterschied ist, glaube ich, echt angekommen. Immer überlegen, wo taugt der Fakt und emotionalisiert, wie beim Küken töten. Und wo ist etwas langweilig und du kannst versuchen, durch eine andere Idee, wie beim Thema Nachbarin ist hübsch oder hässlich, wie kannst du dein Publikum in deinen Bann ziehen. Viel, viel mehr Beispiele davon. Und du wirst, das verspreche ich dir, wenn bei dir jetzt schon so ein bisschen der Groschen gefallen ist und dich diese zwei Ideen schon erreicht und begeistert haben, du wirst anfangen, nach dem Gratis-Webinar anders zu denken, Dinge wahrzunehmen, sie einfach aufzuheben, auf Halde zu legen und dann für den nächsten Vortrag, für die nächste Kurzpräsentation, fürs nächste Meeting rauszuholen. Das macht dann wirklich Spaß, wenn man merkt, okay, ich mache bei jedem Meeting den Unterschied. Deswegen melde dich gerne an zu meinem kostenfreien Webinar. Die 5 Hacks, die 5 Geheimnisse von uns Moderatoren, wie wir es schaffen, unser Publikum zu begeistern. Und so begeisterst du auch dein Publikum. Egal ob Chef, ob Kunde, ob Angestellter, Kollege oder auch ein Dozent an der Uni oder ein Lehrer, wenn du ein Referat hältst. Anmeldung in den Shownotes, in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Dann bitte auch wieder Daumen hoch für das Video. Schreib mir in die Kommentare, wie du mit meinen Tipps weiterkommst, auch welche Themen du dir wünschst. Ich lese alles durch und freue mich sehr, genauso, wenn du jetzt noch die Glocke drückst und meinen Kanal abonnierst. Bis dann!